Mein Gewicht schränkt meine Gesundheit, darf ich ins Fitnessstudio und bedeckt trainieren, weil ich zu Hause sündige, weil ich zu Hause alleine bin. Das heißt doch nicht, dass wenn man sagt, ich bin jetzt zu Hause, dann werde ich sündigen, dann kann ich eine andere Sünde machen. Im Fitnessstudio sündigst du, weil da erstmal Musik läuft, Nummer eins. Nummer zwei, die Aura von den Frauen bedeckt oder unbedeckt? Unbedeckt. Und der Prophet s.a.w. sagte in einer Überlieferung bei Imam Muslim, Der Mann sollte nicht auf die Aura von einem anderen Mann schauen und die Frau nicht auf die Aura von einer anderen Frau. Tragen die Frauen Niqab im Fitnessstudio? Eher nicht. Deswegen sollte man, Alhamdulillah, du hast doch tausend andere Möglichkeiten. Auch, man kann Sport zu Hause machen, oder nicht? Gibt es doch tausend Videos. Guck dir von einer Schwester ein Video an, wie man z.B. Couscous richtig und so. Guck dir von einer Schwester ein Video an, wie man z.B. Couscous richtig und so. Guck dir von einer Schwester ein Video an, wie man z.B. Couscous richtig und so. Guck dir von einer Schwester ein Video an, wie man z.B. Couscous richtig und so.